Eine Börsenexpertin rechnet mit Ex-Finanzminister Lindner ab. Leider erzählt die ARD-Dame nur die halbe Geschichte. Das scheint aber selbst eine Top-Tuckerin wie Sandra Maischberger nicht zu stören. Es ist legitim, eine Meinung zu vertreten. Nur sollte sie auf Fakten beruhen und vollständig sein. Was die vermeintliche ARD-Börsenexpertin Anja Kohl von sich gibt, ist keine Fernsehgebühren wert. Schauen wir auf das große Ganze, denn die Diskussion um die Schuldenbremse wird uns die kommenden Wochen definitiv begleiten. Kohl würde Lindner nicht noch einmal zum Finanzminister machen, sagte sie in der Sendung Maischberger. Was Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz und Wirtschaftshistoriker Todze schon 2021, also vor Beginn der Ampelkoalition, vorhergesagt hätten, sei mit astreiner Präzision eingetreten. Jetzt habe Lindner die Regierung gecrasht und der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt. Lindner wurde schon im Mai in die Mangel genommen. Wenn ein Wirtschafts-Nobelpreisträger wie Stiglitz zitiert wird, darf man aufhorchen. Mit Lindner hat es einmal nicht geklappt, warum soll es beim zweiten Mal klappen? legte Kohl nach. Gastgeberin Maischberger schaute sichtlich interessiert. Kein Wunder, denn bereits Mitte Mai durfte Kohl den damals noch amtierenden Finanzminister verbal angreifen. Damals verwies sie darauf, dass Wirtschaftsminister Habeck wegen Fehlern beim Heizungsgesetz hart angegangen worden sei. Für den Haushalt sei aber Finanzminister Lindner verantwortlich. Hätte Lindner ihn ordentlich begründet, argumentierte Kohl, wäre es nie zu diesem harten Verfassungsgerichtsurteil gekommen. Und dann legte sie nach, das wird uns die nächsten zehn Jahre strangulieren. Wenn wir die Schuldenbremse nicht reformieren und keine Sondervermögen mit zwei Drittel Mehrheit schaffen, dann gute Nacht, Deutschland, warnte sie. Und dann geht es um die Sondervermögen mit zwei Drittel Mehrheit.